Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Hedgefonds. Hierzu haben wir einen Blogartikel mit dem Titel Hedgefonds bietet Dutzend Möglichkeiten geschrieben. Unter dem Begriff Hedgefonds wird in der Regel ein Investmentfonds bezeichnet. Der klassische, beinahe schon traditionelle Hedgefonds galt nie als Fonds für die breite Masse. Das hat sich auch bis heute nicht verändert. Auch wenn Anlagevolumen immer mehr steigen, so kann man davon ausgehen, dass private Anleger nur selten die Anlageform Hedgefonds wählen. Wenn Sie das Thema interessiert, klicken Sie einfach auf den Link in der Videobeschreibung. So gelangen Sie direkt zum Blogartikel und können sich alle Informationen sichern. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Thema Hedgefonds bietet Dutzend Möglichkeiten.